Liebe Zuschauer, es ist wieder Mittwoch und damit Zeit für eine neue Folge DOZ News. Herzlich willkommen. Der Einsatz von Totschlagfallen bei der Fangjagd in Hessen ist zukünftig verboten. Die Änderung des hessischen Jagdgesetzes wird am Tag nach der Veröffentlichung im Gesetze- und Verordnungsblatt des Landes gültig. Damit sei unnötigem Tierleid durch Totschlagfallen in Hessen ein Ende gesetzt und der Weg zu einer tierschutzgerechteren Jagd freigemacht, erklärte Umweltministerin Priska Hinz. Tierschutzverbände und weite Teile der Jägerschaft hätten das bei der Verbändeanhörung zu dem Gesetz ebenfalls bestätigt. Der LJV Hessen verwehrt sich ausdrücklich gegen diese nicht belegte Argumentation. Bei einem Wildunfall mit einem starken Keiler hat sich am Dienstagmorgen ein junger Mann im Kreis Paderborn in Nordrhein-Westfalen verletzt. Dem 24-jährigen BMW-Fahrer lief der Basse gegen 6 Uhr in der Nähe von Brenken vors Auto. Das Fahrzeug erfasste den rund zwei Zentner schweren Keiler ungebremst. Wie die Polizei Paderborn mitteilt, zog sich der 24-jährige leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Das Auto musste abgeschleppt werden, die Sau war sofort tot. Die ZDF-Korrespondentin in Südafrika, Sandra Theis, ist für ihre Phoenix-Doku Simbappe – Trophäenjagd für den Tierschutz mit dem Journalistenpreis Wildtier und Umwelt des Deutschen Jagdverbandes ausgezeichnet worden. Die Jury würdigte, dass Sandra Theis in ihrem Film Trophäenjagd für Wörter und Gegner gleichermaßen zu Wort kommen lasse. Sie zeige klar, dass Jagdprojekte und ein gutes Management bedrohten Arten das Überleben sichern können. Wann ihr die Doku im TV sehen könnt, erfahrt ihr auf djz.de. Wie die Polizei wittlich berichtet, war ein Trike-Fahrer zur später Stunde auf der L49 aus Richtung Arendtal kommend in Richtung Niersbach unterwegs, als kurz hinter Arendtal Rehe die Fahrbahn kreuzten. Das letzte Tier dieser Gruppe habe noch versucht, über das Trike und dessen Fahrrad zu springen. Dies sei jedoch misslungen. Der Triker musste mit einem Kieferbruch und einer Platzwunde am Arm ins Krankenhaus gebracht werden. Das Gefährt blieb unbeschädigt. Und noch eine kurze Meldung in eigener Sache. Wir führen derzeit eine Befragung zum Thema Ihre Erwartungen an die neue Bundesregierung durch. Themen sind neues Waffenrecht, Reform des Bundesjagdgesetzes, Wald vor Wild, Klimapolitik, Wolfsproblematik, Nachtzieltechnik, Jagdzeiten, ASP und vieles mehr. Die Umfrage zum Mitmachen findet ihr auf djz.de. Und das waren die News dieser Woche. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Weidmannsheil.